Zu dem Praktikum bei Kersburg bin ich gekommen, dadurch dass natürlich die Firma hier in der Region allgemein schon bekannt ist und für mich als Wintersportler natürlich da auch ein gewisser Bezug sowieso schon da war. Man kriegt hier teilweise eigene Projekte, wo man dann einfach frei Hand hat, arbeitet und da sammelt man einfach am meisten Erfahrung. Nachdem ich mein Vorstellungsgespräch hatte, hatte ich schon ein richtig gutes Gefühl. Man hat wirklich seine Aufgaben, die jede Praktikant immer wieder weiterführt. Da lerne ich auch wirklich was, habe meine Berufserfahrung auch, wenn man dann auch ein bisschen mehr in die Rolle reinkommt. Das hat mich dann auf jeden Fall überzeugt. Was ich mich noch freue ist definitiv alles, wo man ein bisschen an den Fahrzeugen dran ist und auch mal das Ganze real sich angucken kann und in die Hand nehmen kann. Irgendwie, man arbeitet hier, man bildet so eine Bindung zu dem Produkt irgendwie auf. Das geht ziemlich schnell. Und ich glaube dieses Wohlfühlen bei der Arbeit und dann noch eine gute Arbeit dazu, das sind so zwei Pluspunkte. Es ist einfach wirklich so, dass sämtliche Erwartungen, die ich hatte, voll getroffen wurden. Und man wird einfach als Kollege hier, nicht nur als Praktikant aufgenommen und das finde ich halt toll. Wir sind mal fertig. Wir sind mal fertig. Nö. Ne, wir haben es. Gut.